Die Trennung von Johannes Oerding und Ina Müller hat viele total geschockt. Nun überrascht der Musiker mit dieser Papa-Beichte. Zwölf Jahre waren Johannes Oerding und Ina Müller ein absolutes Traumpaar. Doch nun ist es offiziell. Die beiden haben sich getrennt. Nach so vielen Jahren fällt so eine Trennung sicher schwer und tut weh. Wie gut, dass der Star da Trost bei seiner Musikfamilie findet. Denn zusammen mit Nico Santos, Clueso und Co. stand er erst kürzlich für die neue Staffel von Sing Meinen Song vor der Kamera. Mit den Sängern versteht sich Johannes blendend und macht sogar eine süße Papa-Beichte. Johannes Oerding – süße Papa-Beichte Am Dienstag, 20.15 Uhr, VOX, läuft eine neue Folge von Sing Meinen Song. An diesem Abend steht Johannes Oerding im Mittelpunkt und wird von seinen Kollegen gefeiert. Was man sofort in der Sendung sieht. Er und Nico Santos stehen sich extrem nah. So nah, dass der Blondschopf offenbar wie ein Papa für seinen jungen Kollegen ist. Ich spüre schon, dass ich hier als Papa-Schlumpf angesehen werde, grinst er im Interview. Nico Santos nennt mich auch immer Papa. Wie süß. Eigene Kinder hat der Musiker nicht. Er hat sich bewusst dagegen entschieden. Ich habe bewusst keine Kinder. Weil ich dann meinen gesamten Fokus auf den Nachwuchs legen würde. Im Moment liebe ich meinen Beruf und meine Musik so sehr, dass ich nicht abwägen möchte zwischen meinem Musikerleben und einer Vaterrolle, verriet er erst kürzlich im Interview mit dem Magazin Emotion. Aber auch ohne eigene Kids hat er in seinen Musikerfreunden eine liebe Familie gewonnen.